Was machst du heute noch so? Ein bisschen auch noch ins Kino gehen oder ein bisschen einfach spazieren und gucken, was ich mache. Also das wird auch schon ein schöner Tag. Wie hält der? Kommen. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah! 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 Du bist schick! Du bist schick! Lisa, warum hast du's gemacht? Du hast meinen Franken aufgespannt Timo. Ach, Timo. Ja, ich liebe Narva genauso wie du. Und Timo ist aber, was soll ich mal mehrfällig? Echt? Ja. Meinst du, die Jungs sind so? Ja, der Jungs ist immer so. Was meinst du, was ich tun soll? Das ist geil, wenn du was kannst. Aber wenn ich nicht durfte, soll ich das ruhig machen. Wobei, der Jungs ist immer so.